Jeder Tag bringt neue Herausforderungen. Möglichkeiten, über sich selbst hinauszuwachsen und seine Überzeugungen zu stärken. Die Grenzen steckt dabei nur die Technik. Technik, die wir gemeinsam mit Ihnen entwickeln, um stärker zu sein, schneller, präziser und sicherer. Unsere Produkte sind mehr als Maschinen. Sie sind das Resultat Ihrer Erfahrungen und unserer Innovationen. Weltweit. Hier im österreichischen Lengau, wo auch die Produktion unserer Krane stattfindet, haben wir 2012 das Palfinger Mounting Competence Center ins Leben gerufen. Das MCC unterstützt unsere weltweiten Händler und Kunden durch Know-how, speziell entwickelte Aufbaukomponenten, Kit-Lösungen und standardisierte Prozesse bei Aufbauprojekten. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir e-optimales, individuelles Gesamtsystem und setzen dieses auf Wunsch auch direkt um. Während zahlreichen Projekten haben wir standardisierte, modulare und kostengünstige Aufbaukonzepte entwickelt, von denen Sie direkt profitieren. Wir halten Sie während des gesamten Aufbauprojekts stets auf dem Laufenden. Optimierte Aufbaukomponenten und Montage-Kits, welche in Zusammenarbeit mit LKW-Herstellern entwickelt werden, bewirken eine signifikante Reduktion der Aufbauzeit. Durch unser Know-how erreichen wir die maximal mögliche Performance der Hebelösung bei gleichzeitiger Gewichtsminderung des Gesamtsystems. Wenn es um den Aufbau am Fahrzeug geht, ist uns Qualität genauso wichtig wie bei der Herstellung unserer Produkte. Das Fahrzeug als Basis und die Pallfinger-Hebelösung müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein, um ihr volles Potenzial entfalten zu können und die optimale Gesamtperformance zu erreichen. Beginnend beim Aufbau der Komponenten zwischen Kran und Fahrzeugchassis bis hin zu individuellen Lackierungen steht höchste Qualität bei der Verarbeitung im Vordergrund. Das Pallfinger Mounting Competence Center realisiert Aufbauten mit Kranen und Hakengeräten von den kleinsten bis zu den größten Baureihen. Die Vereinfachung hydraulischer und elektrischer Schnittstellen steht im Fokus der ständigen Verbesserung. Komplett vorgefertigte Stahlbaukomponenten stellen die Effizienz in den Aufbauabläufen sicher. Neben standardisierten Aufbauten werden auch Anwender und länderspezifische Lösungen für unsere internationalen Kunden umgesetzt. Dabei lassen wir Funktionalität und Optik unter Berücksichtigung internationaler Normen perfekt ineinander fließen. Effizienz, Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer der Hebelösung werden im finalen Schritt der Qualitätssicherung garantiert. Während mehreren praktischen Testläufen legen wir besonderes Augenmerk auf die Standsicherheit der Fahrzeuge an den Leistungsgrenzen der Systeme. So können Sie nach unserer finalen Freigabe sicher sein, ein perfekt aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem in Betrieb zu nehmen. Sobald Ihr individueller Aufbau fertiggestellt wurde, machen wir Sie und Ihre Operator im Rahmen der Fahrzeugeinweisung mit der Pallfinger Hebelösung, Ihren zahlreichen Features und Ihrer Peripherie vertraut. Doch Sie und wir wissen, unsere Maschinen sind mehr als das. Mit dem Pallfinger Mounting Competence Center können Sie von Beginn an sicher sein, genau jene Hebelösung zu erhalten, die Ihren individuellen Ansprüchen gerecht wird. Wir begleiten Sie als starker Partner und erwecken Ihre Visionen zum Leben. Denn noch schöner als Visionen zu haben ist, sie auch zu verwirklichen. Mit Mounting Competence for Lifetime Excellence. 1981 Hallfinger Musik 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 Vielen Dank.